Zumindest optisch gesehen rückt der Winter näher an Mitteleuropa heran. Der Osten Europas bekommt es Richtung Wochenende mit einem massiven Kaltluftvorstoß zu tun. Da kommen Temperaturen um die minus 30 Grad an und die erreichen zum Teil auch Moskau. Aber diese strenge Kälte kommt zunächst nicht zu uns nach Deutschland voran. Denn hier aus Westen, da halten die milden Luftmassen dagegen, wir hatten es ja schon vor Tagen gesagt, die Westwetterlage ist einfach zu stark und die hält dem Winter ganz schön was entgegen. Und deswegen erreichen uns die kalten Temperaturen erstmal nicht. Und auch der Nordosten, der bleibt am kommenden Wochenende auf der milden Seite. Da war es ja anfangs etwas unsicher, ob zunächst eine kleine Kältezunge bis in der Nordosten vorankommt. Aber das ist alles aus den Wetterkarten verschwunden. Er kommt also näher, er wird aber Deutschland zunächst nicht erreichen. Und das bleibt erstmal so bis zum 15. oder 20. Januar. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net am heutigen Donnerstag. Ja, viel wurde wieder kommentiert in den vergangenen Wettervideos. Ich hatte ja viel erklärt über die Ensemble-Prognose, über die Hauptläufe, was ein Nullerlauf ist, ein Sechserlauf. Und da gab es auch zahlreiche Kommentare. Einen habe ich mir mal ausgewählt, weil der wieder mal sehr interessant war. Und zwar von einem Axel Grieshaar. Er schreibt, die Wetterkarten kann auch meine Tochter so ablesen. Schau lieber mal hinter die Kulissen. Ja, vergleiche zu anderen Jahren und so weiter. Ich kann mir den Mist von dem Möchtegern-Meterologe nicht mehr anhören. Also, ich lese es immer wieder mal. Diese Vergleiche mit anderen Jahren. Man lernt es eigentlich schon in der Schule. Wetter, Atmosphäre ist ein chaotisches System. Ich weiß, es gibt immer wieder die Idee, aus den Vormonaten, aus den Vorjahreszeiten, das Wetter der nächsten Jahreszeiten herauszulesen. Aber, liebe Freunde, das funktioniert meteorologisch, fachlich überhaupt nicht. Ich sage es nochmal, die Atmosphäre ist ein chaotisches System. Da wiederholt sich nicht einfach eine Wetterlage, die vor zehn Jahren im August mal da war, 20 Jahre später irgendwann im August erneut. Das ist völliger Unsinn. Das ist auch fachlich nicht nachgewiesen. Ich weiß, da gibt es auch Aussagen, heuer war der September 10 Grad zu warm. Das bedeutet, wir kommen wie 1984 in eine kalte Südwestströmung. Naja gut, Südwest wäre nicht kalt. Aber das ist alles völlig an den Haaren herbeigezogen. Da gibt es auch keine Belege dafür, dass das irgendwie funktionieren könnte. Wie gesagt, die Atmosphäre ist nun mal eher ein chaotisches System. Aber trotzdem vielen Dank Axel Grieshaar für diesen Kommentar und dass du dir extra die Mühe gemacht hast, gestern einen neuen Account anzulegen, um diesen Kommentar bei uns abzusetzen. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich für den Einsatz. Ja und Georg Weisgerber hat mich gefragt, war das Schwäbisch? Ich glaube, er hat gemeint, gestern meine Ensemble-Prognose, die eine aus dem Westen war es glaube ich, nee, das war Roy Hesse, ich komme aus Roy Hesse, eine Nähe von Mainz, wo nicht und da reden wir weniger Schwäbisch. Das ist dann doch mehr Reihessisch. Ja, wir schauen mal auf die Ensembles, wo jetzt die Kälte ankommt. Beispielsweise in Riga, da wird es richtig kalt. Das hier ist die 2 Meter Temperatur und die rauscht so richtig in den Keller bis auf minus 10 Grad. Da gibt es den Dauerfrost, aber das ist auch dort nicht von langer Dauer. Da wird der Winter schon wieder ein Stück zurückgedrängt und die mittlere Temperatur steigt in den nächsten Tagen wieder leicht über den Gefrierpunkt. Wo es aber so richtig eisig kalt wird, das ist Russland, Moskau. Da schlägt fettischen Frost so richtig rein und zwar mit Temperaturen von um die 25 Grad. Nachts geht es teilweise Richtung minus 30 Grad Marke. Da beißt sich der Winter erst mal einige Tage fest, aber auch dort wird es in den kommenden Tagen langsam wieder etwas wärmer werden und die Temperaturen steigen auf minus 5 Grad an. Ja, und bei uns, es bleibt alles beim alten dieser Tagen schon gesagt. Es läuft alles nach Plan. Es bleibt bei der milden Wetterlage die Temperaturen 5 bis 10 Grad in der Bundeshauptstadt und das hier bis zum 15. 16. Januar. Da gibt es fast überhaupt keinen Lauf, der auch nur mal ansatzweise richtig runtergeht in den Frostbereich. Doch einen Lauf der Ensembles gibt es und das ist hier dieser Lauf, der geht mal kurz nach hinten raus in den frostigen Bereich. Aber das ist der einzige Lauf, deswegen es bleibt dabei. Die größte Wahrscheinlichkeit hat das milde Wetter und das milde Wetter wird wohl auch bleiben bis zum 15. 16. Januar. Ab und zu ist hier auch mal ein bisschen Regen mit dabei. Und der Blick auf die Wetterlage zum 15. Januar zur Monatsmitte, ganz frisch berechnet nach dem amerikanischen Wettermodell, hier ist Deutschland, der zeigt uns eindeutig, es geht weiter mit der Westwetterlage. Immer wieder kommen Tiefs hier vom Atlantik, die Isobaren sind dicht gedrängt, viel Wind, viel Sturm ist da mit dabei und die richtig kalten Luftmassen, die bleiben abgeschlagen von Deutschland. Und die letzte Karte, die zeigt heute Morgen natürlich mal wieder Kälte. Ist ja fast schon so ein Ding, was jeden Tag wiederkommt. Gegen Ende der Prognoseläufe am 14. 15. Tag, da taucht immer wieder die Kälte auf. Ich nenne es ja gerne mal die Wintermöhre. Immer nach hinten raus wird Kälte gezeigt für alle Winterfreunde, Schnee und Eis. Und kaum kommt man da ein bisschen näher, wird die Kälte nach hinten weggeschoben. Das ist wirklich so sehr spannend. Vielleicht ein eigenes Gesetz, aber wir haben es eben gehört, die Atmosphäre ist ein chaotisches System. Wir schauen auf die Monatsbilanz im Januar bisher. Wir haben eine mittlere Temperatur von 8,7 Grad, liegen 9,2 Grad in den ersten vier Tagen über dem Klimamittel drüber. Das ist wirklich eine ordentliche Abweichung. Ja und gestern war es ja stürmisch, heute Morgen auch noch. Aber das Sturmtiefachsel zieht nun weiter. Dahinter bleibt es leicht wechselhaft. Aber da kommt auch kurz mal ein Zwischenhoch, so ein bisschen reingesuppt. Also so nass wird es erstmal in den nächsten Stunden nicht werden. Es gibt zwar viele Wolken, ein bisschen Regen nach Südosten und teilweise im Süden. Aber ansonsten lockern die Wolken auch mal kurzzeitig auf und die Temperaturen, sie erreichen 8 bis 13 Grad. In der kommenden Nacht zum Freitag wird es kalt. Im Nordosten zum Teil 3 bis 0 Grad. Da müssen wir aufpassen, da fällt stellenweise anfangs Regen. Da kann es auch überfrierende Nässe geben. Im Rest des Landes ist das kein Thema. Temperaturen 7 bis 9 Grad und viele Wolken später auch dort neuer Regen. Der Freitag dann insgesamt weiterhin wechselhaft. Die Temperaturspanne reicht von 9 Grad an der Ostseeküste bis zu 13 Grad im Süden von Baden-Württemberg und von Bayern. Mittendrin so ein Gemisch aus vielen Wolken. Teilweise fällt Regen. Der Wind nimmt wieder ein bisschen zu. In den höheren Lagen sind auch einzelne Sturmböen möglich. Das Wochenende fällt zumindest am Samstag gar nicht mal so unfreundlich aus. Es wird sehr viel Sonnenschein geben nach Süden hin, nach Wolken- und Nebelauflösung. Und bei 12 Grad gemessenen, da fühlt sich das Ganze in der Sonne noch ein bisschen wärmer an, wie 14, 15 Grad. Und hier und da fliegen ja auch schon die ersten Haselpollen. Es blühen schon die ersten Bäume auf. Die ersten Knospen sind schon rausgekommen. Die Frühblüher sind unterwegs. Und das wird sich auch am Samstag nochmal in weiten Landesteilen fortsetzen. Mehr Wolken gibt es hier im Nordosten bei 8 bis 10 Grad. Es bleibt aber überwiegend trocken. Ja, der Sonntag macht seinem Namen wenig Ehre. Neue Wolken, neuer Regen. Es ist im Grunde der gleiche alte Trott. Die Westwetterlage kommt wieder voll in Fahrt. Zum Regen auch immer wieder viel Wind. Einzelne Sturmböen in den höheren Lagen. Temperaturen 8 bis 11 Grad. Viel zu warm für die aktuelle Jahreszeit. Und auch der Montag bringt keine große Wetteränderung. Obwohl, eine kleine ist dabei. Es wird insgesamt ein bisschen kühler werden. Die Temperaturen liegen maximal noch bei 6 bis 8 Grad. Aber eben immer noch keine Kälte. Und der Dienstag bleibt dann durchwachsen. Viele Wolken im Osten, etwas Regen. Die Temperaturen nahezu unverändert. Um die 5 bis 7 Grad maximal. Und dann zum Mittwoch 115 Grad. Oh mein Gott, nein. Das sind 15 Grad. Am Mittwoch kommt nochmal hier aus Südwesten eine warme Luftmasse herangezogen. Da erreichen wir hier am Oberrhein bis zu 15 Grad. Nicht 115 Grad. Da werden wir gut durchgegart. Ansonsten Temperaturen so 8 bis 11 Grad. Viele Wolken, jede Menge Regen. Einzelne Sturmböen sind auch mit dabei. Ich habe einfach zu flinke Finger. 1,15. Mein Gott, es sollte eine 15 sein. Ja und am Donnerstag dann weiterhin sehr wechselhaft. Ab und zu Regen. 5 bis 10 Grad. 6 bis 10 Grad am Freitag. Ich sage es wieder mal. Es tut sich einfach nichts in Sachen Winterwetter. Winterwetter und die Regensummen im Vergleich zu gestern wurden sie nochmal runtergestutzt. Das sind die Regensummen bis zum 9. Januar und zwar bis zum Montag ist das. Ja da kommt erstmal relativ wenig runter. Nur im Norden wird es insgesamt deutlich nasser werden als im Süden. Wir blicken auf die Ensemble-Prognose für Norddeutschland bis zum 21. Januar. Ganz frisch berechnet der aktuelle Nullurlauf vom amerikanischen Wettermodell. Nochmal zur Erklärung. Es gibt einen Nullurlauf, einen 6-Urlauf, einen 12-Urlauf und einen 18-Urlauf. Alle 6 Stunden berechnet das amerikanische wie auch das europäische Wettermodell die neuesten Prognosen. Und das ist der ganz frische Lauf, der Nullurlauf. Das ist Nullurlauf Weltzeit. Und ja wir sehen da tut sich einfach nichts. Aber überhaupt nichts. Die Isobaren, Quatsch, die Isobaren, die Ensembles sind so dicht beieinander. Das sieht man eher selten. Anscheinend, wenn sich Milch durchsetzt, dann ist die Lage immer ziemlich sicher. Wir sehen hier 5 bis 10 Grad und das bleibt eigentlich auch so bis zum 21. Januar. Weit und breit kein Winterwetter zu sehen. Ab und zu fällt mal ein bisschen Regen. Versuchen wir unser Glück im Westen Deutschlands. Auch hier das gleiche Spiel. Temperaturen um die 10 Grad anfangs, später um die 5, 6 Grad. Dann wird bis zu 10 Grad. Ein neuer kleiner Wärmeberg kommt nächste Woche. Dann wird ein bisschen kühler. 5 bis 7 Grad. Aber insgesamt gilt, bis zum Ende des Trendzeitraums ist kein Winterwetter im Westen zu erwarten. Wir blicken nach Ostdeutschland bis zum 21. Januar. Das gleiche Spiel. Temperaturen um die 10 Grad. Da tut sich nichts. Da lese ich gerne mal die Wetterkarten ab. Es tut sich einfach nichts. Da kann man auch nichts hineininterpretieren. Und hinten raus, da sehen wir schon wieder die Wintermöhre. Das ist der Hauptlauf. Da hatten wir eben gesehen, der Hauptlauf hinten raus zeigt wieder Kälte. Der ist auch hier zu sehen. Aber es ist eben wieder nur der kalte Ausreißer. Das Mittel aus allen Berechnungen und alle einzelnen Ensembles bleibt im positiven Bereich. Auch im Osten bis zum 21. Januar. Auch da ist kein Winterwetter zu erwarten. Wir schauen nach Süddeutschland bis zum 21. Januar. Hier mal auf die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe. Zunächst deutlich zu warm. Deutlich über dem Klimamittel drüber. Dann geht es mal kurz ein bisschen da runter. Dann kommt der nächste Wärmeberg. Und dann bleiben wir meist so um das Klimamittel herum. Und nach hinten raus. Wir sehen es hier. Die schwarze Linie ist der Hauptlauf. Ist eben schon wieder der kalte Ausreißer. Die altbekannte Wintermöhre. Wir eilen dem Winter hinterher. Aber irgendwie ist er schneller weg, als wir hinterherkommen. Wir schauen die Landesmitte hinein auf die 2 Meter Temperatur. Und auch die bleibt erstmal im sehr milden Bereich. 10, 11 Grad. Danach der nächste Wärmeberg nächste Woche nochmal bis zu 10, 11 Grad. Und es geht mild weiter bis zum 21. Januar. Die Niederschlagsmengen sind auch hier deutlich reduziert worden. Was nicht reduziert worden ist, ganz im Gegenteil, ist die Wärme, die Temperaturabweichung für Januar 2023. Da wird nochmal was oben draufgepackt bei der NOAA. Mittlerweile flächendeckend. Ganz Deutschland 3 Grad wärmer als das neue Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Das ist die ganz frische Prognose von US-Wetterdienst NOAA für Deutschland. In den Alpen sogar die Farbe für 3 bis 4 Grad wärmer als das Klimamittel. Wie könnte es weitergehen im Februar? Auch hier ist die Tendenz eher sehr mild. Eine 2 Grad Abweichung wird berechnet. 1 bis 2 Grad wärmer als das Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Und vielleicht kommt ja der Märzwinter. Wir schauen mal in den März hinein. Naja, 0,5 bis 1 Grad zu warm in den meisten Landesteilen. 1 bis 2 Grad wärmer nach Osten hin. So könnte der März 2023 ausfallen. Also von einem Märzwinter möchte NOAA zumindest jetzt noch nichts wissen. Das alles schließt natürlich nicht aus, dass es auch mal einzelne Wetterphasen gibt, wo nochmal Schnee fällt, wo es nochmal Kälte gibt. Aber die Mittlung über die gesamten Monate deutet eher darauf hin, dass die gesamten Monate doch deutlich zu warm ausfallen. Und NOAA hatte es ja schon im Sommer angekündigt, es könnte ein sehr warmer Winter werden. Vielleicht ein Rekord warmer Winter. Da wurde ja hier und da ganz schön drüber gelästert über NOAA. Aber wir müssen langsam feststellen, ganz so übel lag NOAA scheinbar nicht. Wenn wir uns jetzt mal die Temperaturen anschauen in den letzten Tagen, mein lieber Mann, Temperaturen über 20 Grad zum Jahreswechsel, das war schon eine Hausnummer. Es geht also sehr, sehr spannend weiter. Das war es vom Wetter. Einen schönen Donnerstag. Tschüss, bis später.